Alter, entlohnt. Unnormal. Gehen wir wieder auf die selben Position? Oma hat dran immer an, Alter. Ja, ja, mein Game hat gerade gestartet. Was ist mit euch? Unnormal, unbelohnt. Du musst nur nicht bauen. Unnormal, unbelohnt. Ruppig. Du musst mit mir wechseln. Irgendwer muss mit mir wechseln. Irgendwer ist auf meiner Posi. Eis ist auf meiner Posi. Du bleibst jetzt einfach da, wo du bist. Du bleibst, wo du bist. Ach so, ich habe gar nicht aufgepasst. Ich habe gerade die Palme gewedelt, als ich Crime Extreme geguckt habe. Sie sind Eis und Max jetzt in einer Gruppe, oder was? Alter, da steht noch eins, zwei, drei... Alter, Eis ohne Waffe, mach mal ein anderes Team, du affengebütiger... Versuch dir hier zu... Alter, ich habe überhaupt nichts mit... Ungeändert, du... Na gut, dann gehe ich auf die sechs. Dann lass doch. Ich bin noch... Mach einfach ready. Hä? Jetzt haben wir wieder ein Team hier. Hä? Jetzt haben wir wieder ein Team hier. Hä? Irgendwer hat den gefehlt. Wer hat denn dann gefehlt? Wer hat denn dann gefehlt? Äh, ich war schon immer die drei. Du musst sechs... Geh zu sechs, das ist Hand of Blood. Warte, warte, warte ich jetzt auf der zwei. Wir haben jetzt eins, zwei... Aber wer hat denn das Ding grad verkackt? Ich will das wissen. Ich will das auch wissen. Dann guck doch in dein Video rein, Junge. Meinst du ready, du? Eis ohne Stil, Alter. Komm noch her. Nee, komm nicht. Bleib weg. Aber ey. Da sitzen wir jetzt langsam auf das... Geht's jetzt los? Okay, Prost. Glauben, Max würde jetzt einfach rein stürmen und uns ficken, Alter. Nee, Alter, bitte nicht, Alter. Ich hab Bock, Jungs. Ach, jetzt kommt der, weißt du? Das ist Niklas hier auch so ein Profi oder was? Ne. Wir haben hier blutige Anfänger. Max ist schon der Beste von uns mit Abstand. Gott sei Dank. So viel Abstand ist er aber auch nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Alter, er hier. Allein gegen drei mache ich ihn. Und so viel Abstand ist sogar... Insgesamt zu den Startunits hatten meine Verbündeten... Insgesamt zu den Startunits hatten meine Verbündeten genau drölf und einen zwei im Sinn. Und ich mag Trimax, Alter. Scheiße, Alter. Ist halt echt... Willst du auch mit TTT spielen in Fortnite? Trimax und ich spielen das grad. Alter, da wird mir grad echt richtig schlecht, Alter. Mit dem auch zu gehen. Boah, nice. Nur diesen einen... Gefallen. An... 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 Unnormal. Unbelohnt. Eheh, ich hab's überhaupt gar nicht belohnt. Eheh, ich hab's überhaupt gar nicht belohnt. Und jetzt muss ich das alles nochmal neu machen, ey. Och Kalle, jetzt... Ach, jetzt... Das macht viel Spaß. Du bist schuld. Ich will da... Ich... Also... Unnormal. Internet. Hat aber... Hat aber recht, muss ich sagen. Hat aber recht, muss ich sagen. Hat aber... Da haben wir recht. Alter, ich hasse die Sache. Scheiße. Adelnschlag hier. Richtig toll. Und nochmal. Da steht ein Schneemann auf dem Berg. Ja, ist uns vorne aufgefallen. Alter, Nicke, ey. Ficklas, ey. Lass mal einen saufen. Das ist alles dumm hier. Grünziem, Mango, Kamille, Grünziem. Alter, hast du wieder am Start? Mango, Kamille, Grüntext. Grünextrakt. Alter, Ehre auf Mango und seinen Nacken, Alter. Oh, so geil. Außergewöhnliche Fusion, ALA. Die ist so gehindert. Das ist dumm. Der Nachbar nur so, ALA, was geht bei ihm? War der Schlagart? Ja. Klingelt nachher der Nachbar, ALA, was machst du das? Klingelt so, ALA. Boah, war leise hier, ALA. Der ist so warm gerade. Dann trink doch noch einen Schluck Mango-Kamille-Eistee mit Mango-Extrakt, Alter. Boah, ey. Oh, Junge, ALA. Was los, ALA. Ey, ich sehe uns schon, wie wir das hier auf einer MTA-ähnlichen Lahn spielen, Alter. Ja, war richtig geil. Und noch mal, Alter. Alter, wir haben damals gerade zwei auf der Lahn gezockt, ne? Es war halt, du bist komplett Rille-Ralle im Kopf irgendwann. Rille-Ralle? Rille-Ralle. Rille-Ralle bist im Kopf, ALA. Gerade bei der Phase ist immer nichts passiert, ne? Passiert halt nichts. Rille-Ralle. Was denn nix, ALA? Ja, nix, ALA. Oh, nochmal. Oh, ich kann nicht mehr. Oh, Gesundheit. Geil, ALA. Gerne, ALA. Oh, wenn man... Das ist nicht gut. Mango-Kamille ist gut. Oh, wo sind denn hier die Klopfer? Die mal klopfen über das Bild. Die Klopfer. Mensch, jetzt Mango-Lasse-Grün-Tek... ...MWÄH! ...MWÄH! MWÄH! Angelassi, Al-Gas. Oh, nochmal. Tja, ne Junge, ein kurzes Ohr. Alla, Kalle, Alla. Komplett nervlich am Ende. Zu Recht. Ich seh halt immer deine Fresse vor mir, wie du einfach komplett ausrastest. Und dann fliegen deine, fliegt so ein bisschen von deinen Haaren, fliegt immer so von links nach rechts auf dem Kopf. Wie auf der MTA, Alter. Ja, unnormal. Ja, unnormal. Wo ist das? Deine Freakshow. Oh, boi. Oh, so ein scheiße Witz. Alter, ey, aber dieses Mangolasse-Ding da? Da musst du mir mal sagen, wo du das immer kaufst mit dem Mango-Extrakt. Soll ich dir noch mal sagen, wie das heißt? Ja, gerne, Alter. Ein grüner Tee, Mango-Kamille. Mango-Kamille-Extrakt, Alter. Das ist nur Mango-Geschmack. Das ist eine außergewöhnliche Fusion, Alter. Nochmal. Außergewöhnliche Fusion, Alter. Halt so schlecht. Maximal dumm. Oh mein Gündnis, Alter, ich bin so tot, ey. Alter, geh mir nicht auf die Eier, Alter. Er ist so fällig, ey. Unnormal entlohnt. Oh, sorry, Alter. Kriegst du die auch mal wieder, Alter? Alles gut, Alter. Warte mal, ich bitte mal kurz ein Sammeln, Alter. Uff. Alter. Den Gold gibts nur in der Mitte, oder was? Alter. Woll, Alter. Er schon wieder, ne? Ich bin der Uwe, ich bin auch dabei. Zwei. Das kannst du keinem erzählen. Alter, die macht keinen Fack, Mann. Color-Aller. Spide, Alter. Alter. Ja, das ist... Alter. Jetzt schreit die ganzen Möwe, Alter. 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 Was geht denn mit ihm, Alter? Alter. Alter. Es ist komplett fertig, oder? Komplett aus. Alter, ich kann nicht mehr, oder? Oh, normal. Ich kann gar nicht spielen, Alter. Ich auch nicht. Boah, oh, normal, Alter. Hey, ohne Witz. Alle, die so reinschalten, denken, ey, wir sind hier auf der übelsten Kifferparty. Mango-Extrakt! Alter, ich kann nicht mehr, ey. Mango-Extrakt. Mango-Geschmack, Alter. Jo, ist der Beste. Fusion. Fusion. Ist so schlecht. Unnormal. Ja, reicht jetzt auch. Ey, kotzt, ey. Alla. Alla. Ba. Alla, ba. Alla. Alla, ba. Stabil. Alla, Falko, Alla. Alla, David, Alla. Was machst du an meinem Stuhl, Alla? Unnormal. Stuhl dann. Ja, man merkt, dass es ein bisschen später wird, gerade. Echt voran. Alla, lange nicht so gut gelacht. Hä? 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 Bist ich? Warum muss denn da jetzt das Gold sein, Jungs? Warum? Wie bist du hier reingekommen? Wie, wie bist du hier reingekommen? Was? Junge, ich stech dich ab. Hä, wie ist das denn möglich? Lauf! Ja, das sind die fetten Wikinger, Alla. Du bist nicht... Hast du ein Boot am Start, oder? Ja, klar. Alla, was hast du mal gefragt, Alla? Da stehen einfach fünf Mann an meiner Grenze mit Goldbarren am Hin- und Herschieben. Die wollen die mein Gold wegnehmen, Alla. Was ist denn hier los, ey? Ich stech die Fettsäcke ab, Alla. Alla, das bist du. Ach so. Das tut mir natürlich leid, das war jetzt nicht mit Absicht, Alla. Glaub dir keiner, Alla. Egal, Alla. Er schneidet ihnen die Füße ab, Alla. Ja, komm, nimm sie dir. Die Hände auch, Alla. Und draufstechen. Ja, ich habe auch gerade gelernt... Wie funktionieren denn die Liebe, bitte? Ja, du hast sie halt immer an der Grenze gedroppt. Das war so richtig... Ja, ja, ja. Hey, aber wie bist du in mein Land gekommen? Ich bin einfach an deinen Truppen da vorbeigelaufen. Hey, ich habe die von einem Strand zum anderen patrouillieren lassen. Ja, ich bin einfach unten am Strand vorbeigelaufen. Okay, meine Truppen brauchen auf jeden Fall eine fucking Fortbildung, Alla. So geht das nicht. Oh, oh. Aber was ist denn das gefahren? Rücken nach oben, du. Aber ne. Wer ist das denn hier? Ey, haben jetzt alle Diebe bei den anderen? Ey, was seid denn ihr für Leute? Weil die Diebe haben nicht geschafft, die Rohstoffe aus dem Land quasi raus zu bringen. Ne. Das sind ja auch Wikinger. Das ist mein eigener, den kann ich gar nicht angreifen. Na gut. So. Okay, Alla, völlige Eskalation jetzt, Alla. Lass mich so aufs Alla sagen, Alter. Ja. Lass mich so aufs Alla sagen, Alter. Lass mich so aufs Alla sagen, Alter. Lass mich mal aufs Alla zu sagen. Ja, Kalle. Was? Junge Max? Warte, was hat er denn? Da ist ein Caps Lock hier, mein Mod an Junge Max schreiben. Sechs Stunden. Ja, wir zocken ja auch mal zum Abwechslung was Geiles, Alla. So, jetzt gibt's hier Bundesgrenzschutz, Alla. Jetzt ist Ende im Mayerland. Hier kommt keiner rein und raus. Jetzt weiß ich auch... Ich dachte vorhin, hier hat irgendjemand gesteuert, aber die kann man patrouillieren lassen. Vorhin wolltest du schon reinkommen, Alla. Du Dreckiger. Ja, ich war erst ein bisschen unsicher, ob ich dran vorbeikomme. Aber dann dachte ich mir so, machst du jetzt am Strand? Ja, wie gesagt, jo. Go hard or go home, Alla. Aber bloß das mit dem Goldrausschaffen hat nicht so richtig funktioniert. Nee. Da muss man mal dran arbeiten, Alla. Unnormal. Können die mal dieses... Also, kann ich irgendwie... Oh ja, Frage zurückgezogen. War einfach keiner so ein Schatz. Alter, hab ich schnuten, ne? Ja. Okay. Und schon viel schärfer auf einmal hier drin ist. Warte mal, ey. Darauf erstmal Mango-Ext. Wie kann man die patrouillieren lassen, die Leute? Kann mir das einer erzählen? Mango-Extrakt. Alter, vier. Mango-Extrakt. Das ist, glaub ich, Quatsch, was du erzählst. Außergewöhnliche Fusion, ey. Jetzt greifen die alles an, was da lang geht, wa? Ja. Vor allem Eis ohne Waffelzahler. Gehen wir jetzt mit oder ohne Schiffen? Ohne. Ohne, Anna. Ich hab jetzt nicht erreicht für diese Runde. Ich hab Max einmal vergleichen vertriert. Einmal vorbeigeschaut. Ja, jetzt sind alle gestorben. Ja. Aber sie hätten, du hättest es nicht gecheckt. Wär das mit der Grenze nicht gewesen, wär ich raus. Ja, vor allem haben die die ganze Zeit die Rolle geswappt. Die haben die ganze Zeit, die sind immer zu dem Goldstapel hin, haben den Barren genommen und haben ihn an der Grenze wieder fallen lassen. Ja. Barren genommen. Barren genommen. Jo. Alter. Wieso habe ich jetzt so viele Hammer und... Bäh. 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 Hehehehe. Jau, 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 jau. So. Einmal. Zweimal. Nochmal ruppig. Komm, hier noch einen machen, Anna. Boah, ey. Unnormal. Falko, was ist denn los mit dir? Bist du aktiv, Allah? Mein aktiven Freunde. Ist da Stein davor? Ich, ähm. Was macht man jetzt eigentlich mit Schwefel? Ich Apes. Was Apes? Mit Schwefel? Mit Schwefel? Mit Schwefel, mein Sohn, machst du Apes. Nice. Scheiße, Alter. Scheiße, Alter. So. Jetzt müssen wir hier aber wieder Bäume machen, Leute. Das verstehen die nicht. Oh, oh, oh. Auweia. Das geht in die Hose hier. Ich habe schon wieder kein Holz. Ja. Allah. Allah. Oh, nee. Weird Flex. Krasse ist, die Meyers, die sind so am Ackern, wenn die Stein haben, ist unnormal belohnt. Ah. 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 Ah, noch ein Sägewerk. Jawoll. Das läuft. Dann löp der Lachs. Löp der Lörriss, Alter. Oh. Der normaler Lörriss. Kann der mal hier... Weiß ich nicht. Ne, der auch nicht. Musst du wissen, ey. Der braucht hier ewig mit seinen scheiß Bäumen. Bäumen. Dann verlieb... Ach. Dann verlieben die sich. Die sind so blöd. Jo, was ist eigentlich der konkrete Unterschied zwischen Maya und Azteken? M und das A. Max, musst du wissen. Musst du wissen. Soll das? Weiß ich nicht, Alter. Oh, oh. Wenn der nicht bald mit seinen Bäumen zusieht, haben wir hier gleich ein riesen Problem. Auweier. Ne, das ist scheiße hier. Alter, immer noch keine roten Zahlen. Ey, das sind die krassesten Tiere auf dem Planeten, Alter. Die zimmern, zimmern und zimmern. Aja. Die Maya-Mucke geht ja immer wege in einer Zeit. Musst mir mal raus und wieder reintappen. Kann man den Standort von den Holzfällern beliebig weit wegsetzen, also bis wohin die laufen, um zu fällen? Klar, Allah. Hab ich jetzt hier etwa mein Eisenerz auf Stein gebaut? Das ist das Dümmste überhaupt. Was hat er denn? Alter, ich baue hier so ein riesen Ding hin und dann sagt er mir, wenn ein Baum davor steht, kann nicht besetzt werden. Wieso kann ich denn dein Gebäude bauen, wenn es wegen einem Baum davor nicht besetzt werden kann? Heatschirm, Ehre, aber ich lese das jetzt nicht, Allah, ich bin komplett durch, Allah. So langsam aber sicher. Kann mir einer Holz geben? Dann muss der Bruder jetzt hier einen ganz schön weiten Weg laufen. Warum liegt da Gold an der Küste? Tja. Oh. Oh. Alter Junge, die sind so am Ackern, Alter. Unnormal. Oh. Das jetzt. Würdest du auch sagen, dass das belohnend ist, oder? Also gerade eigentlich so ziemlich, Allah. Das ist ja sehr belohend, muss ich sagen. Moin. Hmm. Tja. Tja. Pff. Man. Wann. Wir spielen ohne Boote Puzzle, aber mit Ehre, Alter, und mit vielen Dieben aktuell. Also Azteken wurden komplett von den Conquistadoren aus Spanien weggemascht, das weiß ich. Oh, nochmal belohnt hier alles, ey. Hier wird so gepumpt. Heftig. Bist du betrunken? Alter, sind ja alle so leiser auf einmal, Alter. Ich bin voll fokussiert, Alter. Kallo nascht seinen Eistee, Alter. Nee, ich bin auch echt ein bisschen müde, muss ich sagen. Nee, ich überhaupt nicht, Alter. Ich bin auch überhaupt nicht müde, Alter. Ich habe überhaupt kein Holz, Alter. Ja, der ist ein Holzproblem da, Alter. Ja, ein richtiges Holzproblem. Ich habe nämlich genau zehn. Was, zehn Hölzer, oder? Ja. Lohnt. Zehn Holz, Alter. Muss jetzt hier, da muss sich was dran ändern. Holzig schmolzig, sage ich dir immer. Boah. Alter, das ist ein richtiges Problem an den Atzen, ne? Die haben halt echt richtige, kackige Getreidefarmen, Alter. Getreide. Oh, endlich. So, planiert, Alter. Ey, wenn jetzt noch einer abkackt. Nee, ich speichere mal. Bing. Utopia, Alter. Saved. Jo, was ist das denn für eine Kackritze? Boah. Öl. Du meinst noch nie zu mir. Nochmal. So, jetzt geht das hier wieder. Oh Mann, du, da habe ich aber gerade ganz schön reingekackt. Reingekackt? Ja. Schön weggeschissen, da dann. Ja, aber... Hätte nicht sein müssen. Es sind ja überall welche drin. Wie viele Äxte habe ich denn? Uff. Unnormal. Warum ist der Streamtitel auf Englisch? Weil ich wahrscheinlich der beste Siedlerspieler der Welt bin. Und dazu auch der größte Siedler-Siedler-Stream der Welt. Und da muss man dann einfach auch Internationalität zeigen, finde ich. Du bist weder der Beste, der Beste ist immer noch Trimax. Hat aber recht. Jetzt bist du immer so mad. Juhal, wenn ich krank bin, wird mit mir Siedler gezockt. Ob du willst oder nicht, Alah. Da werde ich herrisch. Jo, ich habe in den letzten zwei Tagen über 50 Stunden Siedler mit dir gespielt. Hä? Du warst in zwei Runden dabei. Du kannst sagen. Was sind 50 Stunden, Alah? Ah, ja. Alah. Voila. Moin, moin. Alah, lass mal eins auf. Oh, geht nochmal los, oder was? Okay, Prost. Aber umso öfter man das spielt hier, umso mehr Bock macht das eigentlich auch. Unnormal. 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 Das ist dein Problem, du denkst, mit dem Guide könntest du hier alles lösen. Aber nein. Naja, zumindest die Anfangshäuser, die man hier braucht. Und danach fängt mein Brain an zu arbeiten. Und dann würde ich jetzt mal an deine Stimme ganz kleine Brötchen backen. Na, wenn du mich jetzt schon attackierst verbal, dann weiß ich nicht, was meine Wikinger bestreiten möchte und nachher machen werden. Du klingst doch wie so ein richtiger Wikinger, Babbo. Das ist Bote bauen, Mann. Ja, scheiße, ne? Wikinger bauen eigentlich Bote. Also, ich hab gleich meine erste Goldbine. Alah, das ist halt lächerlich. Es ist halt so lächerlich. Die drei Berge, wo jeweils Gold zu finden ist. Joa, ich brauch kein Gold. Du hast irgendwas ganz ganz falsch gemacht, wenn du da hingekommen bist. Äh, also, hey, Mann, Ada. Ich bin da... Also, hier bin ich halt hart enttäuscht. LOL. Okay. Okay, Prost. Geht schon wieder los? Okay. Okay, Prost. Ruhig bleiben. Laufen alle. So, ich spamm jetzt einfach alles hier raus. Mal gucken, ob die Maj... Also, jetzt fordere ich mal die Majas, okay? Wir gucken mal. Was ist das denn? Okay, Prost. So, immer noch... Alter, immer noch nicht rot. Äh... Nochmal. Gut, weiter geht's. Ich bahn da jetzt auch raus. Bahn da doch gar nichts. Ist ja lächerlich. Wirklich ein bisschen. So, Leute, jetzt aber. Okay, Prost. Okay. Denk ich doch mal hier meine, äh, pink Grapefruit. Hier wird jetzt geackert. Unnormal. Romatra hat jetzt langsam seinen Schmied fertig. Ich bin jetzt schon da. Und jetzt ist es... Eis auch. Wartest du mir? Also vom Spiel bin ich da weit weg. Ich habe das Gefühl, Kalle hat sich komplett ausgeheult. Der ist einfach komplett erschöpft nach dieser Lachattacke. Seitdem hat er einfach nichts mehr gesagt. Ich versuche gerade wirklich jedes Spiel mal zu spielen. Man glaubt es nicht. Ich glaub dir das, mein Lieber. Okay, Prost, Alter. Wie tun wir los? Oh Mann, das ist so schlimm. Dann hat's ja auch direkt hier durch. Alter, Junge. Das Problem ist, dieses Alla, das kommt ja einfach immer, ne? Ach nee, Alter. Egal mit wem. Die Leute gucken dich an. Alla. Ist nicht gut. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Weiß ich nicht. Musst du wissen. Konne wie läuft, Alter. Nee, der hat da keinen Platz. Ah, fuck mit dir, Mörder. Rodet die Scheiße weg, Alter. Hambacher Forst weg. Das denk ich mir auch die ganze Zeit. Einfach weg mit der ganzen Scheiße. Die Unkraut, ey. Ja, dann nimm doch den Stein da weg. Danke, mein Freund. Aber Max hat tippt mal gut letztes Mal mit den mittleren Bodenhäusern. Inwiefern? Mit dem Abreißen, oder was? Ja, nicht nur das Abreißen, sondern auch, ähm, dass sie einfach effektiver sind als Große, gerade fürs Midgame. Ja, aber der Shadowkiller 4444 hat gesagt, mit den großen Wohnhäusern hat man den größten Kosten Nutzen. Ja, Black Game kann man das auch machen, Alter. Überhaupt nicht, Alter. Alter, mit großen Kosten Nutzen. Warum soll man die abreißen? Also, wann, warum, was bringt das? Das hier ist sacht, Alter. Okay, ist klar. Du musst einfach mal überlegen, wenn du die ganze Zeit irgendwelche Häuser baust, dann wohnen die ja dann da drin, sozusagen. Dann brauchen die keine Betten mehr in dem anderen Haus, sondern nimmt das ja nur Platz weg, und dann kannst du das abreißen, kommst ein bisschen Ressourcen wieder und kannst an die gleiche Stelle eigentlich ein neues hin tun. Unnormalbildung. Ach, das ist ja, also das ist ja wirklich sehr enttäuschend bisher. Was soll der das auch wissen, Alter? Alter. Wenn ich eins nicht brauche, diesmal sind es Steine. Ich sag's, wie es ist. Also, ich krieg meine... Also, ich kann bauen, was ich will. Die ziehen das hoch. Das ist so krank. Wir wissen, dass du der beste Spieler bist. Das ist so krank. Gesundheit, Alter. Gesundheit. Danke, danke. Ja, bei mir dauert es schon ein bisschen länger. Viel zu krank. Also, auf der mit Majas Schocküsel, Anna, meine Rosselle juckt. Irre. Irre. Ich spreche nochmal Utopia. Hast du gut gemacht. Sag mal, mein Schatz. Bissen, Anna. Jetzt hackt die Scheiße. Hä? Ah. Ehre. Hä? Ich hatte doch so viele gemacht, naja. Und er hat gar keinen Bock, Anna. Willi will's wissen, ey. Also, Majas krass, das Volk. Inschallah. In der Steinwächs, die Kloppenwäch. Aber auch nicht für die Gebäude mehr Steinen, oder was? Jo. Und krass viel Stein. Ich werde hier gleich so hochzimmern, ey. Ich glaube nicht. Meine Stadt steht schon quasi, Anna. Boah, wenn das vielleicht fertig ist, was ich hier baue, dann guckt ihr alle in die Röhre. Ja, dann hast du Mien, toll. Soll ich das jetzt? Du bist halt so slow, die Runde. Unfassbar. Ja, die Runde geht echt, die Runde ist echt ein bisschen langsam von mir, muss ich sagen, aber... Letzte Runde war gut, und diese Runde war mehr so, meh. War auch normal. Ich hab so viele Baufelder, die halt einfach gerade da sind. Oh. Gut, das erklärt, warum hier kein Eisen abgebaut wurde, wenn das auf Stein steht. Alter. Entlohnt. Das war von oben in der ersten Minute, wo ich so aufgeregt war, sah das echt aus wie ein Eisen. Übel aufgeregt. Oh, guck mal, ich hab Eisen gefunden. Ja. Das hat sie... Unnormal. Das macht sie ja die ganze Zeit, pling, pling. Ja, rennt's natürlich los, ne? Okay. Okay, Prost. Geh nochmal los. Ach ja. Reicht mir jetzt, ich brauche noch ein Seegewerk. Noch eins, übernimm dich, Alter. Eich ist ja nicht, Alter, Junge. So, das war's hier. Das geht nicht schnell genug. Kommen hier bei mir auch gerade alle nicht aus dem Arsch. 50.000 Baufelder, aber die kriegen halt nicht voll geklötet. Bei mir ist es unnormal. Geh nochmal los. So, wer will ein Rush, Allah? Schmeier Rush? Ich muss das jetzt auch nicht direkt haben. Ich ehrlich, ich auch nicht. Bin ich ehrlich. Aber bald... So, Nikolas hat doch mal gesagt, der ist jetzt so gut. Mach'n weg, Allah. Mach'n weg, Allah. Mach'n weg, Allah. Mach'n weg, Allah. Dann hat er dann das gesagt. Ja, weißt du, was anfangen ist, Allah. Das wär' nur eine geiße Lüge, Allah. Und jetzt läuft das hier. Ich hatte sie tatsächlich nicht mehr so geil in Erinnerung. Und ich hab' irgendwie gedacht, das Siedler 3 war nicht mehr so meins. Aber Siedler 4 ist ja auch noch übel insane. Ja, das ist fast wie Siedler 2, ne? Muss ich auch sagen. Das ist not far away. Was? Echt? Du Siedler 3, wenn dann. Ja, wollt grad sagen. Ne, ich find, das ist schon sehr ähnlich zu Siedler 2. Also, du hast... Diese Wege sind halt nicht da. Was jetzt nicht super stören. Also, das Einzige, was halt ein bisschen anders ist, ist halt das Kampfsystem, dass du dich halt drei bewegen kannst. Wie viele Sägewerke braucht man pro... Pro zwei Holzfällerhöhe in Erinnerung? Allah, ich bekomm die ersten Probleme, ey. Holz. Aber die Siedlung steht, Allah. Ach, bei mir war Holz noch nie ein Problem. Du bist Wikinger, ne? Wikinger brauchen wahrscheinlich eh mehr Holz, ne? Ja, sagt das Internet auch. Gut, dass ich das jetzt weiß. Wikinger sind die Asiaten von Siedler 4. Wir müssen jetzt hier so hoch zimmern, ey. Was? Hack wird aus Hack gemacht, Alter. Die Economy lübt, Alter. Oh. Boah, das bimmelt die ganze Zeit hier. Hm, hm. Hm. Okay. Alter, aber keiner pinnt hier jetzt ein, oder? Nein, nein, ey. Das ist gut. Nö, ey, bei mir nicht. Ah, ja. Max, try it, Alter. Okay, geht wieder los. Kurze Frage, gibt es so Einheiten, die sich... Kurze Frage, gibt es so Einheiten, die sich... In die Ohren vibrieren. Kommt drauf an, du musst dich halt kalender, wenn du in der Nado-Zeitalter angekommen bist, aber du kannst dich auch nicht mehr machen, Alter. Ich hab das Gefühl, ich hab ein bisschen übertrieben, Alter. Hey, mal. Gefühl, du hast ein Typ in meiner Base, der da nicht hingehört, Alter. Der wird jetzt erstmal abgeschlachtet, Alter. Scheiße, Kalle, da musst du dich gleich lehren. Da musst du richtig zuschlagen. Statements setzen auch. Kopf ab. Okay, geht wieder los. Geht los. Ich hab Holzprobleme mit dem Maja. Das könnt ihr euch jetzt vorstellen. Unnormal, entlohend. Wie kann man eigentlich... Nee. Nee. Nee, nee. Dumme... Das ist eine dumme Frage. Das ist eine saudumme Frage. Zieh die zurück. Zieh die zurück. Alter, macht Koteletts, bitte. Brote laufen wie geschmiert, Alter. Alter, was ist hier... Ja, bei dir auch, Alter. Yo, same, Alter. Aromatra, bau du erstmal eine dritte Eisenschmelze. Braucht die Schweinezucht auch Platz für sowas wie ein Feld, oder sind die da quasi schon... Nee, die sind im Gehege, da. Schönen, schönen Massentierhaltung auf zwei Quadratmeter. Geil, da macht nicht die Kalle, sondern bau auch einen Fleischer dazu. Ja. Ja. Das war jetzt gemein, fand ich. Ein bisschen. Alle streiten in die Ton, Alter. War klar, dass der kommt. Wer sich nicht muten kann, der braucht Schläger. Wieso angelt der denn hier nicht? Was ist denn, mein Lieben? Ja, hast du eine Angel gebaut? Ja. Oh, shit, hat er nicht gesagt. Was hat er das wirklich gesagt? Scheiß Leben, Alter. So, kann ich jetzt wieder pumpen? Seid ihr ready, Jungs? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht mach jetzt so viel Holz, aller fickt euch, aber... Okay. Okay. Kann man denn hier nicht angeln? Unnormal. Kann man nicht an jedem Fluss angeln? Dann ist doch das Meer, aller. Das ist doch das Meer, Alter. Ja, aber... Die gehen da nicht raus, die haben keinen Bock. Warte mal. Hä? Der braucht Besitz. Ja. Du magst sein, aller. Ich kann nix ranbauen an den Strand. Hä, kann man irgendwie Tiere ausjagen? Anscheinend. Da waren so richtig viele Kanickel auf der Wiese, jetzt sind die weg. Ja, die sind irgendwann weg. So, währt Bock auf einen richtig sahnigen Rush. Mit dem Rush? Oh, weil ich mich da einmal nach oben gepirscht habe. Mann, können wir, können wir angeln? Mal so aus dem Plan, wenn wir angeln, die Leute. Da angelt keiner. Mach mal kein Auge, du willst nicht, also, ich weiß nicht. Bist du noch nicht bereit, Alla? Ich denke, wenn du vorbeikommst, kann ich die erste Art abwählen, aber es wäre halt kacke für uns beide. Sagen wir es mal so. Ja, wieso? Wieso wäre es für mich kacke? Wieso wäre es für mich kacke? Weiß nicht, ist es irgendwer neben dir, der dich eventuell angreifen könnte? Ach, da hinten geht er angeln, oder was? Will der mich verarschen? Oh, okay. Oh, gut. Irgendwie will meiner auch nicht so richtig angeln. Meiner hat auch nicht so Probleme. Ja, auf der rechten Küste hat er einfach keinen Bock, sagt er mir. Nur links angelt er. Bei mir hat er irgendwie links keinen Bock. Unnormal. Echt unbelohnt. Wirklich? Jetzt Elefanten jagen. Was? Okay, Prost. Ja, Elefanten. Ich habe hier wieder Scheiße gebaut. Irgendwann. Alla, Alla. Es wird ungenommaler. Oh, Alla. Weihallah. Dass die wieder umgestalten. Oh, die A-Kern hier, ey. Holy shit. So langsam steht bei mir ein bisschen was, Alla. Ja, das ist gut. Geil, Alla. Jeden Morgen. Ich habe mich abgeschissen, Alla. Dank, Alla. Schön mit dem Handy auf dem Pott. Bei einem Twitch-Shirt. Mal Rädchen ablassen, Alla. Alla, was? Ich habe dir nicht gefickt. Alter, die Lappe. Ich kann von... So witzig fand ich das jetzt eigentlich gar nicht. Doch. Ich habe mich nicht gefickt. Ich war nur mal lustig, Alla. Du musst hier wissen, Alla. Weiß ich nicht. Du hast du nichts, ne, Alla? Ich habe hier nicht gefickt. Ich habe die nicht gefickt, habe ich gesagt. Ach so. Hey, das war ein Zitat von Sola, Alla. What the fuck? Nee, der nicht. Meine Krass. Nee, der hat sich verstanden. In dem Video kamst du sogar drin vor, Alla. Ach so. Hier, Trashy, Bedingster Booster, Speck-Pack-Gedöns. Speck-Gedöns, Alla. Weil wir Specklas, Alla. Specki-Diggi, Alla. Richtig speckig ist auch richtig geil. Wann ja den Speck? Warum macht der hier nix? Wenn er Bock hat. Er hat beide Materialien, die er braucht. Aber ich bin vielleicht... Ich bin vielleicht ein Auftrag. Nö. Römer, die leben ja vom Holz, ne? Ohne Witz, das ist ja unfassbar. Da spielen wir Wikinger, Alla. Ja, das sind meine Werkzeug, das macht irgendwie nix. Obwohl der... ...Kohle und Eisen hat. Vielleicht cool, wenn man ein Gebäude nur wie Prio geben könnte, dass die ADS-Soft gebaut werden. Schau mal. Macht man das? Das ist ein Zahnrad. Ja, sogar ich, Alla. Ja, das war ein Scherz, Alla. Die ist auf das Gebäude und das ist so ein Zahnrad zu nehmen. Oh nee, komm, ehrlich jetzt. Ein kleiner Maya Rush, Alla. Immer kurz, bitte Max. Was willst du mit dem Gold da anfangen, Alla? Oh nee. Ja, ich bin dann da, wenn du den Ton einnimmst. Hat der Romatra nochmal Glück gehabt, dass er da nicht an der Posi war? Ja, ich hätte jetzt... Ich habe einfach 30 Waffen oder sowas und das ganze Gold da oben. Einfach komplett T3 gehabt. Wer wurde gerade zerstört? Und wieso habe ich dieses Sieg? Ich habe verloren, weil Wikinger langsam aufbaut und Maya Rushen können. Zack, und verloren. Oh ja, ich sehe es. Das ist gerade alles kaputt gegangen. Ich durfte sogar zuschauen. Dann nehme ich aber nochmal einen Gold-Bahn mit, Alla. Du hast schön eingesackt. Vor allem Later. So belassen. Du kannst halt wirklich nicht langsam aufbauen mit Wikinger. Das ist halt... Ärgerlich. Ich habe halt doch gar nichts. Ich kann mich gar nicht dagegen wehren. Mach das doch nicht so laut, Alla. Alla. Max, guck dir mal meine fucking Base an, wie die da am Ackern sind, Alla. Erstmal hole ich mir deinen letzten Tower, Alla. Aber danke fürs Gold. Und die Waffen vor allen Dingen. Und die Ärzte. Guck dir das mal an. Jetzt gerade, wo du kamst, war alles fertig. Ich hätte in drei Minuten komplett T3 getrunken können. Wie mit der KI damals. Oh, Junge, das ist so belastend gerade. Wie viele Truppen ist er dann angekommen? Hau mal raus. Wie viele waren das denn? 20 oder so. Das war nicht viel. Ich hätte es komplett abwenden können, aber ich hatte nur Startruppen. Ah, der war auch noch mal. 20? Das waren 60, Alla. Romantra, du brauchst gar nicht Auge haben. Ich habe dich im Blick, Alla. Knallt zum Maul, Alla, verpiss dich. Ich habe dich seit Anfang an im Blick, Alla. Alter, mach keinen Scheiß, Max. Du bist nämlich der Nächste auf meiner Liste, Alla. Kalle, lass ne Verbünde. Gut, dass wir auf Niklas gewartet haben, Mensch. Der ist als erster raus, Alla. Maschallah, Habibi. Da wurde jemand besiegt. Na klar, du bist von dir. Das ist natürlich voran wie bei mir. Ja, voll entspannt, Alter. Ist das gerade belastend, Alter. Guck mal, du, das macht den Spaß am Spiel. Das ist so viel, ich bin ein Scheiß. Nö, das übelgeil, übelgeleut, Alla. Fünf Minuten, Max. Hattest du nicht fünf verfickte Minuten warten können? Von Niklas damit, äh, Yoromantra mit T3, Alla, unnormal. Was da liegt und das war nur eine Minute, oder so. Äh, was wollte ich denn jetzt nochmal machen? Sag doch mal schnell. So, guck mal, guck mal, ob bei mir ein Berg hier vorne vor der Basis auch noch Gold ist. Weiß ich nicht. Was ist das denn da? Vielleicht muss ich wirklich mal das Volk wechseln, Alter. Ah, wer ist denn hier? Ja, unnormal. Willst du hier... Schlangen sich andere, Alla? Wir kriegen mal hört das an. Nicht der Ember, komm her, Junge. Da geht er wieder los. Max, dann können wir dieses Lande warten. Ja, Junge, ich muss ja erstmal hinkommen. Schlitz dich auf, Alla. Ich muss ja erstmal hinkommen, du bist hier blind reingegangen, oder was? Wie dick ist der? Zack, tot, Alla. Nein, ich sag, ich muss ja erstmal hinkommen, damit meine Leute das abholen, Alla. Ja, woher wusstest du denn überhaupt, dass ich da sitze, Alla? Ich war nicht auf dem Weg zu Romatra, aber du warst halt schon an deinem Goldspot, und da dachte ich mir, okay, Prost. Geht wieder los. War so unglücklich gelaufen. Das war halt legit, ja, unglücklich. War aber wirklich unglücklich. Ja, definitiv. Okay, also wir merken uns, eine Eisenschmelze und einen Waffenschmied. Ja, bei mir wäre das gleich gewesen, wäre der jetzt bei mir reingefallen hier, wäre... Das Problem ist, Wikinger ist ultra langsam, und deswegen musst du erstmal eine Grunddefensive aufbauen, weil Maya halt rushen kann, weil die so schnell hochzimmern, wie die Behinderten. Ja, aber es kommt halt auf die Map an, Alla. Nee. Aber ja, Wikinger, ja, weiß ich nicht. Also ich find Wikinger eigentlich auch ziemlich töfte. Die sind mega geil, aber halt nur im Late Game so. Lisa, ich war ja gerade auf dir... Wie lange spielen wir jetzt hier? 50 Minuten. Ich weiß nicht, du. Bei mir ist schöne Musik, bei mir ist die Tülle, so ein paar Häschen, hoppeln, roh... Okay, das ist angenehm, ne? Bei dir ist also noch Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, bleib schön da oben bei dir. Jetzt bringt man da die Kacksteine weg, Anna. Ich hab viel zu viele Steine, Junge. Oh ja, auch zu viele Steine. Mit Stein kann ich mich auch zuscheißen, Anna. Oh, ich mag nicht, Anna. Richtig weh, glaub ich. Wollte ich nicht, hab ich noch nicht probiert, Anna. So, Martha. Geht wieder los? Jetzt geht der Angeln. Das ist doch eine Scheiße. Nee, nicht in da, sozusagen. Krass, wie eine effektive Reihe mit Mühle und Bäckern hier alles wegfickt, Anna. Aber Matt ist noch nicht so mein Ding. Aber das ist doch unnormal, ich guck grad bei dir rein, das ist doch unnormal, wie schnell zieht man ihn denn hoch, das kann doch nicht, das kann doch nicht richtig sein. Ja, guck mal, wie viel Stein-Mien ich hier hab. Ja, aber das ist doch lächerlich. Was ist denn das? Dass es einfach sieben schmelzt oder so, das ist... Alter, Junge, was... Alter, ist doch gar nicht gemein, ey. Oh, danke, Niklas. Schlechter Verlierer, Anna. Ist aber so, meine erste Waffenschmiede ist gleich fertig. Meiner auch, Anna. Und es hat nicht mehr gelogen. Nee, die zogen. Alter, komplette... Was verkrampft ihr jetzt so? Alter, er kommt gar nicht gelaufen, sein Leben. Nur Larry ist hier und ich werd weggemacht. Alter, ich weiß, wo du sitzt, ne, ich komm zu dir. Ich will wenigstens ein kleines Erfolgserlebnis haben. Du denkst also jetzt, du kannst hier Krieg anfangen, oder was? Dich mach ich, Junge. Okay, alles klar. Ich weiß ganz genau, wo du sitzt. Ja, gut. Ich werde Rumatrat schon wieder in die Mauer hochgezogen, Anna. Gut, du kannst ja hier vorbeikommen. Ich sag mal... Also, musst du aber nicht machen. Ganz ehrlich. Wer du jetzt? Wo schlage ich da ein? Was sagst du? Jetzt zieht schnell Rumatrat nach, ne? Mit drei Erdschmelzen hier. Seh ich doch. Kann man denn diese scheiß Patrouille abbrechen? Das kannst du mal wegmachen, Anna. Also zu halten, Anna. Ich hab schon den Mauer hochgezogen. Hast du dich gesehen? Ja, denkst du, Anna. Da bin ich bei der Kaserne im Arbeitsbereich. Können wir das mal auf die 9.000? Kann man auch irgendwie ein Angreifen, okay? Ja, aber es ist kein anderer mehr da. Geh nach rechts. Das ist Spawnpunkt, glaube ich, dann, ne? Geh nach rechts. Das ist scheiße, dass wir direkt nebeneinander sind. Das macht mir keinen Spaß. Das macht mir keinen Spaß. Mir macht das heftig Spaß, Anna. Unnormal. Nur am Weinen, Anna. Aber komm mal nicht zu mir. Ich bin echt gespannt, was Rumatra so alles hat. Ich weiß das ja leider gar nicht. Oh Mann, und das ist auch so bitter, weil er das ja die ganze Zeit sagt. Ja, Mann. Ich kenn das Gefühl. Das ist unnormal, unbelohnend. Also ich sehe da jetzt noch keine Mauer, aber testen wir. Dann machst du nicht, Max. Du hast es nicht. Kniest du schon, Anna? Jungu, mach einfach kein Scheiß mehr. Das muss doch nicht sein, Max. Wir können das auch ganz anders sein. Oh mein Gott, halt's Maul. Maya, Anna. Mal so, mal so, Anna. Wo sind die Türme, Anna? Max, 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 das muss nicht sein. Muss nicht sein, was du dir gerade abziehst. Wo sind die Türme, Anna? Ach komm, Max. Really? Ist es dein fucking Ernst? Weil die so langsam sind, Alter. Hab ich überhaupt ne Metzger, Anna? Ich hab ne Metzgerei, aber... Hab ich ne Metzger, Anna? Anna, lauf doch nicht! Mein Schweinestall ist voller Viecher, die eigentlich mal geschlachtet werden müssen. Kleiner taktischer Rückzug, kleiner taktischer Rückzug. Muss ich auch noch aufpassen. Wie kann ich mal diese Überwachungskamera einstellen? Was Romata hat, finde ich ehrlich gesagt, ein bisschen feinlich. Anpropen. Ähm, du kannst unten, ist ja dieses Fadenkreuz unten links. Mag, Alkes? Ja. Dann kannst du das einfach irgendwo... Weißt du, und für sowas werde ich gerusht, weißt du? Oh, das ist lächerlich. Ja, unten rechts, ganz unten, äh, unten links, Entschuldigung, ganz unten links, ist doch dieses Fenster. Ja? Wo meine Ressourcen drin stehen. Ganz unten links, auf deinem, das was du siehst auf deinem Bildschirm, Anna. Ja? So, da ist doch so ein kleines Fenster, wo irgendwas angezeigt wird. Lau! Ne, hab ich nicht, ich hab hier nur... Meine Jaguar-Krieger werden dich zermetzeln. Mal gucken, kurz da in den Stream. Das, was Max da hat, hab ich zum Beispiel nicht, da unten, dieses kleine Fenster. Ich hab nur das Ressourcenfenster. Darunter ist nix. Ungelohnt dann. Ja, richtig, oh. Alla. Willst du aber auch nicht helfen, Alla? Man macht nix. Man, das verpiss dich einfach, komm schon. Warte jetzt nur drauf, dass Eis hier irgendwann mal einmarschieren will. Ich hab doch nicht mal eine Truppe gebaut. Boah, Alla, da musst du aber aufpassen mit so schnellem Aufruf. Was zum Spiel, da hab ich jetzt Kaserne, ist gleich fertig, Alla? Alla, komm ich gleich mal zu dir. Alla, Alla, du bist doch tot, Alla. Das weiß ich nicht. Ich will einen großen Turm, Alla. Wie kann ich der, wie kann ich der jetzt hier, oh Mann, wie kann ich der jetzt hier mal... Weißt du aber nicht, warum du das jetzt unbedingt machen wolltest, Max? Hm? Bin ich mir echt nicht so ganz sicher, was da jetzt dein, dein Plan dahinter war, oder... Ach, kein Tod, Alla. Also, warum bist du das jetzt? Komm, lass mich noch nicht sagen. Du hattest große Fresse, Alter. Ich hab mir die Kappel. Du hattest große Fresse. Letzte Runde, Alla. Na, wichtig, Alla, war war, ne, Alla. Alla, bist ja auch nicht der beste Spieler, Alla. Bist ja auch nicht. Halt's Maul. Ich mein, einen Angriff hab ich abwehren können. Das ist doch schon mal gar nicht so Müll, oder? Hey, du bist richtig Müll. Ich glaub nicht, dass irgendwer anders diesen Angriff hätte abwehren können. Junge, der war nur, weil, ich hab mit den Truppen schon gerade komplett Niklas durchgerapet. Also, wenn Niklas ungefähr so viel hatte wie ich, dann war das auch nicht so schwer. Ich hatte gar nichts. Die waren ja kurz davor. Vor allem Niklas hat's, das Traurige war, Niklas hat's gar nicht mitbekommen, Alter. Das war ein bisschen awkward. Ich hatte einfach nichts voran. Irgendwie klappt das hier mit meiner Metzgerei nicht, Alter. Alleine Junge geht das Match immer noch. Hä? Wir kriegen ja eine Stunde, Alla. Jetzt hab ich hier, jetzt ist hier ein Metzger. Neuer Rekord, Alla. Jetzt, Leute, jetzt geht's los. Ich hab jetzt einen Metzger. Ja, also hochziehen wollen wir da jetzt nix. Oh, mal dran. Jetzt geht es ab hier. Jetzt werden die Schweine geschlachtet. Ah, scheiße, Max. Kannst du ihn hier mal verpissen? Hit ihn! Das ist sofort aus dem Off. Fick ihn! Komm, Scheiß drauf. Ja, das war's. Wir gehen. Romatra, wo ist denn deine T3-Truppen, Alla? Welche T3-Truppen? Keiner von uns hat T3-Truppen. Nee, natürlich. Natürlich. Ja, selbst ich. Ach, das schmiert ihr wieder nicht. Verstehe ich nicht, warum du das jetzt unbedingt machen musstest, Max. Alter, Romatra. Was würdest du denn jetzt noch sagen, Alla? Alter, mal den Sammel jetzt. Bist du beleidigt, Alla? Mach mal unbelohnen, was du da machst. Romatra, Romatra. Ich glaub, der Turm geht drauf, Alla. Ja, jetzt geht doch drauf, Junge. Geht doch. Macht der hier wieder nix. Der könnte doch mal eng werden, ne? Nö. Nö. Ich kämpfe auf meinem Boden, Junge. Ja, gut, Dennis, aber... Du warst da gut am Beteiligen, oder was? Es geht. Leute, es ist soweit, ich wechsle jetzt das Volk nicht so rum, Alla. Nicht so runde, Alla. Ja, nicht heute mehr. Warum, Alla? Dein Sohnchen würde ich vielleicht heute noch machen, Sog, Alla. Ja, auf Zeit, Alla. Alter, wieso rennen sie denn rein, Sackchen? Bist du mit Eis, Alla? Ich check jetzt hier langsam das Spiel. Aua, Alla, au. Ich muss mal so um 30 Uhr spätestens raus, was ist, glaube ich, noch ein Rundchen drin? Da, was ist mit euch, Alla. Er sieht ja auch noch mal gelohnt, Alla. Ja, ist es auch, Alla. Siedler-Wahl, Alla. Das ist halt so schlimm, wenn du halt etwa so ein Gefallen in so einem Spiel gefunden hast, dann hast du dann richtig Bock. Da guckst du da so zwei Stunden einfach so acht durchs Zugang. Ja, wie die Schichten. Ja, und da kommt Max und man, alles kaputt. Ja, ja, ist halt unglaublich. War ja nicht viel dazu kaputt machen. Ja, doch. Oh, lol. Da waren nur keine Truppen, das war das Problem. Oh, Mal, Alla. Aber richtig gesteppert gerade. Oh, jetzt läuft das hier. Jetzt habe ich das verstanden mit dem... Ey, ja, gut. Ey, oh. Okay, so. Alles, jetzt bist du bald am Arsch, das sag ich dir. So, dann schraube ich dir fort. Du angreifst, ne? Wird zurückgeschossen. Wieso soll ich denn angreifen? Du hast gesagt, du kommst. Ja, haust du mal lieber ab, gell? Verpissen mich mal lieber. Rippe und dann Sofas und dann was. Komm, haust du ab. Dicke Ticken. Gehst du auch mal rein, Alter. Bei der Holzproduktion läuft es jetzt endlich mal stabil. Weiß ich, wie viel ich ungefähr brauche von dem Shit. Geht so ruhig auf einmal. Umratter, bist du tot? Nee, 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 nein, nein, ich lebe noch. Aber es ist schon ein guter Kampf. Ja, Rumatra hat jetzt kein Gold mehr. Gold. Auch denn sowas? Alle jetzt schleppen sich alle den Scheiß nach vorne, ey, geil. Nochmal belohnt, ey. Ja, er ist echt belohnt. Kann man wer Max, wenn ihr jetzt, also ich schwöre, wenn ihr jetzt Max angreift, der hat, der kann nicht mehr verlaufen. Jetzt tut er mir langsam echt leid. Ich glaube, er baut in einer Minute mehr, als ich in dem Spiel bisher gebaut habe. Trimax. 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 Hilfe. Hilfe, Trimax. Ich glaube, hier nach spiele ich Forknife. Geht schon wieder los, Max? Okay. Okay, Prost. Oh, das ist schön. Alter, ich pump und pump. Oh, in der Sekunde, als ich dachte, jetzt läuft's mit dem Holz. Pleite. Oh, Rumatra, wie is it? Max, muss nicht sein. Kann man lassen. Weiß ich nicht. Pick ihn. Pick ihn. Das war eine Missgeburt. Es ist halt echt ganz, ganz schlimm, Max. Max, aber deine Base wieder unnormal belohnen. aus, ne? Alter, was ist hier? Fuck, Alter, Max. Rumatra, Rumatra, Alter. Das war echt belohnend, Alter. Unnormal. Naja, ich will, ich hab, wenigstens hab ich gekämpft. Im Gegensatz zu wahrscheinlich jedem anderen auf dieser Karte. Und am Ende beleidigt nochmal alles. Ich hab schon einen Dieb von Eis ohne Waffe getötet. Richtig unerderhafter Verlierer, weißt du? Ja, typischer Fortnite-Syndrom-Spieler. Ich hab eigentlich gar nicht gegen das Spiel, ich will einfach nur flamen. Was ist das denn hier für einer, Alter? Unnormal. So, lass hier ein Big Battle zwischen uns, du. Hau ab mit deinem scheiß Pfeil und Bogen. Alter, du läufst schneller als meiner. Ja, natürlich, Alter. Alter, ich hab dir auf den Kopf, auch hier. Bop, Alter, ich hab, Alter. Bop, bop. Kriegst du, läuft jetzt die ganze Zeit, so. Kriegst du auf die Nase, einer nach dem anderen. Alter, ich bin schon im orangischen Bereich, Alter. Alter, ich bin schon im orangischen Bereich, Alter. Da bricht er schnell den Ton, Alter. Ja, bricht richtig schrecklich, weiß ich, Alter, Alter. Gehst du jetzt nach Hause, Alter? Ja, da kommt doch noch ein bisschen. Kämpf doch. Ich weiß nicht, wie man da abbricht. Alt, ne? Nee, nicht mit Alt. Rumatra, was geht denn hier im Hinterland? Oh, da kommt ein Soldat. Nein. Ein Römer. Oh, das war knapp. Das ist so schick. Und noch einer. Alter, jetzt hast du mich schon wieder angegriffen. Jetzt rennt er wieder zu dir. Ich hab all meine Türme, die hab ich noch nicht verloren. Hab ich irgendwann übersehen? Eister, auf den anzugreifen jetzt. Der rennt die ganze Zeit im Kreis hier. Der ist verrückt. Was machst du jetzt eigentlich, wenn ich... Ach nee, da steht noch einer in der Mitte. Warte kurz. Jetzt hab ich ja wirklich keine Türme mehr. Hey, wie... Ohne Flachs, na, wie mach ich das, dass die da reingehen, Alter? Hä? Wo rein? Beim Turm? Ah, jetzt. Seine Mini schicken. Ah, das ist das. Die sind aus dem Spiel ausgeschieden. Naja, Umadrat hat all seine Türme geplättet. Geil. Aufsache du kriegst mein Gebiet nicht. Schadensbegrenzung. Ja, meine, die letzten Umadreiten kämpfen noch mal. Ja, aber wann anders? Ja, das ist das. Okay. Wunderbar enttäuschend, Allah. Allah. Ja, Allah. Habe ich den Trimax-Fanboy gefickt, Allah. Ah, du musst auch zugeben, dass ich es einfach war, wie du gedacht hast, Allah. Na doch. Doch. Das war unnormal, einfach für mich. Das ist okay. Das frustriert mich gerade auch so. Ey, wieso bist du denn jetzt frustrierend, Allah? Ja, auch nicht, Allah. Und jetzt, der Hass schon wieder, Allah. Alter, wo kommen jetzt meine Metzgereien, Allah? Ich glaube, hier. Und die Steine. Ohne Witz, wieso dauert das denn so lange bei mir, bis so gut aufgebaut wird? Aber wieso brauchst du so viel fressen, Max? So viel Mien hast du doch gar nicht. Doch, Allah. Ey, ich weiß auch nicht. Irgendwie mit dem Fleisch... Ja, Fleisch, ja. Aber... Ah, das ist halt tragisch, wenn du dir anschaust, dass die anderen produziert haben. Ah, Romatr ist gerade rausgegangen. Romatr ist rausgegangen, dann leckt. Ich bin vorletzter mit den Truppen gewesen. Ich bin vorletzter. 30 T3-Bogenschützen, wenn ihr liegen hier. Hm, ja, ja. Hätte, wenn und aber, Allah. Ja, bringt ja alles nichts, ne? Ja, ich werde auf das Volk wechseln, wisst ihr, was ihr davon morgen habt. Oh nein, bitte bleib bei den Wikingern. So, mir gehören jetzt drei so eine Kack-Inseln, ey. Reicht jetzt auch. Oh, oh. Ich glaube, wenn der jetzt so einen großen Schlag ausholt, dann müssen wir uns irgendwie hier verbünden. Boah, da ist nichts mit verbünden. Alles klar, dann geht es auf dich los. Ja, Max, hast du gehört, ne? Das Duell zwischen Chris und mir wirst du nicht hinterbrechen. Hast du jetzt da mittlerweile überhaupt eine Kaserne gebaut, Allah? Allah, ich habe jetzt schon gut was. Mhm. Das wird, Junge, das wird. Das habe ich auch noch nie erlebt, dass hier die Ziegen voll sind, aber... Oh nein, ich habe keine fucking Axt. Alter, hier liegen einfach 100 Ziegen tot rum. Aber der scheiß Metzger hat keine Axt, weil ich die Benachrichtigung aus habe für den Stream. Du mal ein bisschen raus, ich würde mir gerne mal kurz deine Dinge ein bisschen genauer anschauen. Dieter, warum sieht das so geil aus bei Max? Das sieht alles geordnet aus. Warum? Ich weiß gar nicht, wie der das macht, dass der alles auch abbaut, was da ist. Ich weiß gar nicht, weil wegen den ganzen Bäumen und so kann ich schon gar nicht so bauen, wie er. Immer ein bisschen nach oben, Max, bitte. Du kannst doch immer Positionen einstellen von dem Holzfäller. Ja, aber... Das ist ja übel der Aufwand. Du musst, also, weißt du, was ich meine? Das sieht halt echt krass aus bei Max. Man muss halt den Platz optimal nutzen, Allah. Baust du immer wieder neu? Was baue ich, Allah? Was baust du immer wieder neu? Okay, also reißt du Sachen ab, die du gebaut hast und baust sie woanders wieder hin? Machst du das? Oder ist das dein Layout von Anfang angelegt? Klar mache ich das, Junge. Das, das... Nee, nicht von Anfang an. Das geht doch gar nicht Anfang an. Pö, pö die Holzfäller halt umgebastelt. Ich mache mir halt... Ich gucke mir halt die Map an, überlege mir, wie ich das aufbaue, das Layout. Und dann mache ich das halt. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Max überlegt. Das ist, glaube ich, noch zweimal an derselben Stelle gespawnt, Allah. Der wusste, wie es sein geht, Allah. Daran lag es, Allah. Jetzt sind die wieder Benachrichtigungen an. Hör auf, Allah. So. Jetzt leibe ich mir noch den hier ein. Hör auf, wie ich Bauarbeiter habe oder so? Das passt schon. So. Ein bisschen Musik anmachen wenigstens. Wie machen wir das jetzt? An meinem Grafen sieht man richtig, wo die Fights mit Rumatra waren. Jetzt weiß ich's. Sag doch, dass ich noch Bauarbeiter ausprobieren muss. Das ist scheiße, aber ich weiß... Max, 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 wir spielen noch so eine Woche oder zwei und dann... Was immer noch so einfach ist. Wer ist denn Blau? Das bin ich. Den lässt uns Flieger. Oh, nee. Ja, aber er ist der Nächste. Aber er ist im Weg. Oh, nein, Alter. Ja, komm. Okay, Prost. Geht wieder los. Oh, no. Ja, komm rein da. Komm rein da. Oh, jetzt ist Rumatra richtig schadenvoll. Warum machst du das denn? Das denn, Alter. Leck mich am Arsch. Das ist nochmal eine Menge, Leute, du. Bist du sicher, dass du die alle auf mich hetzen willst? Klar, gehen wieder los. Oh, das sag ich dir. Die fallen ja wie die Fliegen. Alles klar, ich komm, ich helfe dir, Chris. Ja, jetzt kommst du zum Helfen. Okay, komm. Ich bin unterwegs. Komm, Bruder, der hat hier noch 150 Leute stehen, Alter. Oh, nee. Kalle, komm zu uns. Kalle. Scheiße, Alter. Ich wäre, wenn ich fünf Minuten länger Zeit gehabt hätte, wäre es... Ja, ja, ja. Das hat Niklas auch gesagt, Alter. Alter, das sagt jeder, den ich ficke, Alter. In meinem Kampf hatte ich 163 Einheiten, Niklas hatte 19, also... Scheiße, Alter. Ich hatte erst 35 Leute, aber die halten sich wacker. Hier wird noch geschossen, Alter. Oh, wacker Burghausen ist das hier, wa? Oh, ja. Scheiße, ich komm mit der Produktion nicht, naja. So, jetzt schlacht ihr die Viecher in Massen, Alter. Los jetzt. Oh, Leute. Lauf, lauf, lauf. Ab in den Turm. Ab in den Turm. Oh, nee. Oh, nein. Aber man hat gemerkt, dass du quasi die Nahkämpfer nachproduziert hast. Yo. Leute. Weil ich hab die immer schön fokussiert und dann konntest du nicht weiter, weil du dich noch oben schütten hast. Wie krieg ich die jetzt in den Turm rein? Krieg ich die da jetzt rein? Oh, Leute, du bist ja im Turm vorbeigerannt, Alter. Ja, aber ich hab hier... Achso. Ja, genau. Scheiße, hab ich mich vertan. Hab ich mich vertan? Er schießt einen auf... Oh, ja, das ist jetzt natürlich... Alter, war so klar, Chris. Ja, ich glaub, es war nur ein einziger Turm vorgelegt. Will ich wenigstens noch ein paar Kids mitnehmen? Chris geht jetzt auf Kalle, oder was? Ich hab nicht gedacht, dass ich überhaupt so weit nach hinten falle. Ich mach hier gar nicht. Aber ich wollte gerade auch bei dir einmarschieren. Wie bring ich die Leute denn in so einen Turm rein? Du Hund. Alter, guck mal, Romatra, hier klauen sie dein Stuff, Alter. Lecker Brötchen, Alter. Oh, scheiße, Alter. Schnappt euch alles. Du warst da noch rumliegen, gell? Ja, ja, ich werd das jetzt nach und nach alles snacken. Aber die Majas sehen doch voll cool aus. Und die Architektur, muss ich sagen. Das sind ja keine Burgen. Oh, da schneller. Die machen nicht was. Wie das bei Max aber auch läuft, ist ja krass. Ich hab keinen verloren bei der Mal. Nicht lübt der. Nee, natürlich. Schießt. Und du kämpfst auch die ganze Zeit an dieser Grenze von Siedlern und Betten. Ist krass. Ich vergesse immer, ich reiß die immer nie ab oder zu spät oder so. Alter, der hat ja einen dicken Turm, Alter. Ich glaub, ich bin am. Und ich glaub, man stand, warum man die abreißen sollte. Damit du mehr Platz hast und ich glaub, Ressourcen kriegst du auch zurück. Ja, aber nicht alle, oder? Die sind ja nutzlos. Doch, doch. Also nicht alle. Du musst halt schon, dass dieses Betten-Symbol, die Zahn- und Betten-Symbol, immer die Kreis-Symbol. Eie, das sieht aber aus, als ob ich da jetzt hier mächtig welche auf den Kopf krieg, du. Aber läuft ja bei dir beträchtlich besser als letztes Mal, wenn du hier schon bist. Eieieieiei, du, das sieht aber gar nicht gut aus. Hätte mal einer vorher Bescheid sagen sollen, dass hier jetzt 500 Leute angemarschiert kommen. Ja, Eis, danke für gar nichts, ne? Ja, tut mir leid, Kalle hat mich aufgehalten. Kalle hat dich abgehalten. Alter, Kalle kam hier anmarschiert. Kalle hat dich gefickt, oder? Nee, hat er nicht. Kalle ist gelaufen. Versteckt hat er sich. Oh, jetzt hat er, ey, der hat, der ist natürlich jetzt aber auch hier, du. Stressig. Ja, wirklich Stress ohne Ende hier. Einen kann ich noch mitnehmen von dir. Das ist das einzige Ziel. Noch ein von deinen rammeligen, rammeligen. Oh. Ja, Alter, gibt ein 1-1, aber den ziehe ich mal lieber zurück. Oh, was? Das ist ja ehrenlos. Das ist ja unfassbar. Nicht mal. Den gönne ich dir nicht, Alter. Nicht mal das. Ich kriege aber hier nicht Produktion. Wo stand eigentlich der Dieb bei mir? Wo stand der? Der Dieb im Wald, die ganze Zeit. Freilagelner auf die Leute. Ich wollte dich halt wirklich angreifen, aber ich hätte nicht gedacht, dass Niklas da schon... Bist du auch mit dem rumgelaufen? Hast du dir angeschaut, was ich so hab, oder? Ab und an. Aber immer wieder im Wald zurück, Junge. Was? Kommt da jetzt ein Dicker raus, den ich abknallen kann? Muss ich auch machen. Mir gibt noch einiges zu lernen. Was für ein Dicker. Eieieieiei. Oh, Leute. Also, ich glaub, ich verabschiede mich dann aus dieser Runde. Das sieht nicht gut aus. Ja, wo ist denn dein Turm, Alter? Ach da. Geil. Das ist kein Turm. Du hast dich versehen. Du musst zurück. Und jetzt stecht ihn ab. Oh, nee. Oder? Alter, wo ihr es alle gerade sagt. Hast dich gut gehalten. Wackerer letzter Fighter. Ja, gut. Normal belohnend. Ah, das ist natürlich... Max, 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 wie hast du deine Truppen so schnell wieder zu mir gebracht? Das ist ja übel, der lange Weg. Ja, ich hatte ja noch ein paar. Erst kamen ja bei dir nur die Rest-Niklas, Leute. Und dann kam schon die zweite Welle. Ja, du hast jetzt verloren. Du hast mich auch mit umgebracht. Du bist schuld. Oh no, jetzt laufen da noch meine letzten verwirrten Arbeiter rum. Kannst du die nicht zumindest töten, damit sie nicht ertrinken müssen? Das geht nicht, weil du hast hier keinen Türm abgerissen. Ja. Ah, jetzt ist auch wieder ein Muckel da, weil ich mal wieder reingetappt bin. Oh, nochmal. Oh, wieso bewegt sich hier einfach nichts, Alter? Bei mir wird nix fertig. Muss denn hier mal... Muss richtig Spaß machen, Max, oder? Richtig schön rein Smurfen. Aber echt. Wo ist denn hier mal ein Priester? Du hast da aber auch Teuk aufgebaut in deiner... Ja, ja. ...blatt da. Ich muss sagen, so Waffenproduktion und so weiter komme ich jetzt gut mit klar, aber ich weiß halt echt nicht, warum bei mir halt ganz Gebäude nicht fertiggestellt werden. Du kannst die ja priorisieren. Ja, schon, aber dann sind die halt einstmal fertig zwischendrin. Ich komme mit dem Schlachten nicht hinterher. Ich glaube, das liegt einfach bei mir da, dass ich viel zu wenig Häuser da mittendrin gebaut habe. Hat der Kotletts? Ja, okay, die haben aber alle Kotletts. Ich glaube, ich auch nur. Ich habe hier vier Häuser insgesamt. Wo ist mein Priester? Aber ich habe drei noch im Bau, aber die drei Häuser sind halt seit Ewigkeit schon nicht am fertig werden. Ja, schwierig. Oh, vielleicht habe ich einfach zu viel auf einmal gebaut, so dass die... Aber, Max, wie machst du das, dass du so nah aneinander die ganzen Wien da bauen kannst? Hä, nebeneinander setzen? Ja, aber da sind ja keine Punkte mehr, dann lässt du einen, dass wir gar nicht bauen, da. Doch. Der Jim-Punkt ist noch da. Also ich kann die auch super nicht zusammenbauen. Da mache ich irgendwas grundlegend falsch. Ja, mal ganz kurz, eigentlich ist es ja auch voll schlau, die Türme abzureißen, bevor du sie einnimmst, oder? Ja, aber das kannst du nicht mehr, wenn die schon in deinem Gebiet zu nah dran sind. Echt, okay. Das war nämlich mein erster Gedanke im letzten Game, weil ich das bei Siedler 2 immer so gemacht habe, aber das ging nicht. So. Lebt der Lachs. Anders denn? Was passiert denn da jetzt? So, wer lebt denn alles noch? Ja. Also wir haben es doch Kalle und ich jetzt den nächsten Opfer. Oh, okay. Wer wird bis zum letzten Leben, Kalle? Eigentlich müssen wir Eis und ich uns beddeln und Henno rutscht über den letzten Blöden. Ja, wer macht das? Aber ich würde da gerne zugucken, irgendwie. Oh, shit. Ja gut, kannst ja bis zur Grenze rangehen. Wie der Typ, der den zwei Affen irgendwie das Messer hinwirft, so. Unnormal. So machen wir das jetzt, oder was? Ja, ich gucke euch zu, aber. Oh, guck ruhig machen, du. Geht's denn den Zuggucken hin? Sind das denn nicht alles Tier 3er, oder sehen die einfach nur so aus? Wer, die Bogenschützen da? Ja. Ja, die habe ich gerade mit meinem Priester alle aufgewertet. Die sind alle T2 oder T3. Der Priester kann Einheiten aufwerten? Von den Majas. Gepriester? Gepriester, ne? Gepriester, Alter. Ich habe gerade was immer mal belohnen, das im Kühlschrank gefunden. Ey, lecker Schokodrink morgens um vier. Ah, hallo, richtig gesund, Alter. Oh, nur mal belohnen, Alter. Ich habe hier noch so, oh gut, Dinger. Edelmarzipan mit Kirsche. So, einen Kekse hole ich mir jetzt auch noch, bis gleich. Oh, ich hoffe, ich habe hier auch noch einen Stock. Ey, Karla, geh ruhig weg. Dem egal, der ist so confident. So, angeln. Ich bin morgen eigentlich wieder so viele Leute zusammen, das ist halt unnormal geil. Ja, morgen wird's, wenn, dann wird's bei mir auf jeden Fall später. Boah, ich will doch ins Bett, ey. Ja, weil jetzt, nachdem würde ich tatsächlich auch so Sensor machen. So, wer ist Lila? Ja, Lila bin ich. Komm jetzt raus und gehe auf Kalle. Oder ich komme rein. Ich kann jetzt gerade nicht da, Junge. Ja, ist doch egal, du gehst doch zu ihm. Na, so egal ist das nicht. Ja, er braucht ja eine ganze Weile, er da ist. Also, ich darf kurz den Rest hier. Warte mal noch, bis das eine Haus fertig ist. Das ist meine ganze... Ich habe da auch 20... Oh, Mantra, siehst du das? Jetzt kommen hier wieder die Räuber. Oh, hier werde ich mir auch richtig viel snacken. Oh, Mantra, ein Tag mit Übungen, du bist besser als Max. Glaube ich auch, ja. Der kriegt halt einfach die Fresse nie voll und das mag ich an dem Jungen. Hier wird aber auch gefeedert, ey. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Wo sie fucking arbeiten, dann macht ihr das Haus fertig. Der eine bewegt hier zigtausend Sturmtruppler durch die Gegend und der andere versucht, sein drittes Haus zu bauen. Hey, das ist sechste schon, ja? Oh. Entschuldige. Aber von dem Game, ein HD-Remake, wäre auch mal richtig lit. Einfach nur jede... Der brauchst du doch gar nicht. Ja, aber so ein bisschen aufgepolisht und das nicht mehr so leckt zum Beispiel. Das wäre auch schon geil. Kommst du jetzt eigentlich raus oder alles? Ja, ich war hier gerade erst fertig. Ja, da steht mit seiner Armee. Aber nicht lachen. Ja, ich will die auf jeden Fall sehen. Als wenn er seinen kurzen Pimmel zeigt. Wie unter der Dusche. Aber nicht lachen. Bist du schon über die Grenze? Nee, ich mache jetzt gerade aus der Mitte. Mit dem Rest. Mit dem Rest? Mal alles hier rausholen. Dabei kann man alles auf einmal ausladen. Ja, ne? Ausladen? Rauskommen, Jungs. Wie klabert der? Was? Achso, aus den Türmen. Ja, Kalle gibt jetzt Ackermatch. Hast du schon gehört? Ja, ja. Komm nur. Kann aber ja auf das Feld und so, ne? Nee, nee, nee. Kommst du schon rein? Nee, nee, Kalle. Nee, das wäre ja nicht gerecht. Kalle kommt hier auf den Berg vor Eishütte. Aber Eis wartet schon auf den Berg. Okay? Okay. Du gibst dir Regeln vor. Ja, ja. Eigentlich möchte ich gerne da rankommen, um Watchtower aufzubauen. Das sehe ich wirklich alles. Allah. So, hier, vor Kalle, da aber auf den Berg treffen wir uns. Also jetzt sieht's los, oder was? Nein, 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 nein. Hä? Ihr seid doch noch gar nicht draußen, oder? Nee. Ich bin jetzt mit allem, was ich habe in meiner Festung. Warte mal eben. Warte mal eben. Warte bitte. Hä? Wo sind die denn? Einer? Bin ich denn Jäck? Warte, da würde ich nicht aufhören, in mein Land reinzulaufen und mir alles zu plündern. Jo. Ich hier Ehrenmänner. Meine Waffen und mein Gold liegt da einfach immer noch, sonst hat sich Max einfach nicht gesnackt. Oh, ich ziehe jetzt los. Ja? Okay. Kalle, kommst du auch raus? Auf dem mittleren Teil? Yes. Ich bin ja auf die Truppen gespannt. Ich auch. Los, Leute. Tagge. Ich muss noch eben meine ganzen Burgen hier freimachen, warte mal. Schön mit alt, schön mit alt, mit alt. Ja, 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 ja. Ich lauf nur nebenher. Boah, das ist ja ein bisschen, oder? Nur ein paar T3er da, oder? Friedlich, ne? Das ist so geil, so wenig. Ach, dass du gucken, na ja, gut. Wie viel sind das? 20, 25? 30? Die 20 sind doch schon ganz schön wenig. 57. Hä? Ach, dann sind schon viele vorbeigelaufen. Aber nicht viele T3er. Kalle gibt jetzt Ackermatch. Ah, du bist so ein. Ja, ich hole die doch gerade alle hier an. Oh! Ja, du hast gerade mich angegriffen. Ich dachte, das war jetzt der Betrayal, Alter. Ein ziemlich dummer Betrayal. Geh weg. Warte, wie viel hast du, Eis? Das wäre eigentlich der wünnste Betrayal in der Geschichte, in der History of Betrayals. Ich habe 57. Top 10 Anime Betrayals wäre das. Oh, ist der neue! Ah, da ist, da ist Kalle. Du musst runter, du musst runter, du musst runter. Ja, ich weiß. Eis, geh runter. Ja, ja. Ich bin nur hier zum Gucken. Alla, jetzt kloppt euch, Alla. Der Maja-Gott-Befehl. Alla, der will flüchten. Nein. Hast du keine Sichtspells, die dir... Ja, wir könnten halt auch einfach... Ja, ist eine gute Idee. Warte, warte, warte. Autocke! Okay. Rein in die Olga. Gib ihm! Habe ich hier ein Auge? Nee. Alla, Kalle! Ja, dann muss ich... Alla, Kalle! Ja, dann muss ich jetzt dazu. Aber sowas gab es, oder? Ja, aber als... Ich glaube, als Römer oder als Trojaner. Nee, als Trojaner. Ich glaube, das gewinnst du, Kalle. Ja, aber Kalle hatte wesentlich mehr T3s, oder? Scheiße, jetzt habe ich es ein bisschen verpasst. Aber, Kalle hatte, glaube ich, auch kein Gold gehabt. Alla, hör auf, meine Leute abzuziehen, Max. Hä? Das Wettbewerbverzerrung hier. Hä? Ich habe noch nicht einen Schuss abgegeben. Naja, Kalle macht den Easy weg. Ja, ja, das ist halt easy. Aber ihr habt ja alle... Habt ja alle nicht zu dem Gold gebaut, davon? Und jetzt wird gerutscht, Alla. Wunder nicht. Über die Reste. Ja, damit wir nicht gerutscht werden. Ja, eben. Damit wir nicht gerutscht werden. What the fuck? E, what the fuck? Ja, genau das war, warum du verloren hast. Nee, ich habe verloren, weil ich neben Max war. Das war das Problem. Du bist auch ehrerhaft, Max. Warum denn? Bist du doch fertig. Darf ich vielleicht noch töten? Darf ich noch seine Base einraiden? Aber ich wollte gerade sagen, hier, meine Sterne-Generäle, die sind in der Reste wieder jetzt hier. Ja, aber das dauert dann ja noch Jahre. Ja, nee, nee, mach den fertig. Nee, also das brauche ich mir jetzt auch nicht geben. Gebt denen einen Stich, Jungs. Das ist aber krass, die T3, die halten ja richtig lange durch. Ja. Ich denke, es ist auch T3. Ich glaube, ich habe noch nicht einen von deinen gejittert, oder? Wie viel ladest du insgesamt, Kalle? Knapp 100. Ja, gut, okay. Oder ein bisschen weniger. Verzauber ich die jetzt noch? Nee. Doch, komm. Nee, die sind vorher tot. Die kommen nicht an. Der hat so kurze Rage. Rage. Doch, komm. Zauber. Traurig, dass es aussieht, so diese letzte Rage. Die vier Soldaten da. Ich habe direkt kurz überlegt, Eis vorzuschlagen, aber ich finde es einfach weiter auf Max. Ja, hättet ihr auch. Hättet ihr, aber das bringt halt gar nichts. Wir hätten es ja trotzdem nicht geschafft. Wir hätten beide deutlich mehr Leute auf jeden Fall, aber ich glaube, das doch hatten wir. Nein. Niemals. Max hat da 300 Truppen oder so. Also 300 habe ich vielleicht nicht, aber so 150, 200 hätte ich jetzt auch geschätzt. Und das sind T3s. Also ich kann euch genau sagen, wie viel habe ich aktuell 204 Soldaten. Okay, dann 200. Gut, dann haben wir doch nicht so viel mehr. Was ich bei mir nicht verstehe, aber du rennst ja jetzt gleich durch meine Basemaxe. Dann kannst du mir ja sagen, ob du es geil findest oder nicht, Alter. Gerne, Alter. Ich finde, das gibt es diesmal echt gut gemacht. Was machen diese Lager? Ja, eigentlich waren die ja alle voll mit Leuten. Ja, glaube ich. Ja, aber du musstest ja zeigen, was du hast, Alter. Aber ihr braucht unbedingt das Gold. So ein Quatsch? So wie Niklas es braucht, Alter. Ja, natürlich braucht ihr unbedingt das Gold. Ich brauche ein LL-L-System jetzt, Alter. Ja, aber du kannst es auch eine Sekunde später holen. Und bevor du alles rein investierst, nur um schnell nach vorne zu kommen. Nein, 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 was heißt denn hier alles rein investieren, um vorne nach vorne zu kommen? Ja, du hattest keine einzige Truppe. Ja, aber das lag nicht am Gold, Alter. Doch sicher. Ich hätte, wenn du was anbauen lässt, dann steht das Lager am Gold. Nee, ich habe einfach eine zu krasse Economy aufgebaut, die irgendwie in fünf Minuten zu langsam war. 15, 15. Ja, schon, aber du musstest mal mindestens, glaube ich, sechs Türme bauen, um überhaupt zum Gold zu kommen. Ja, aber die baust du doch neben, kleine Türme, das dauert, weiß ich nicht. Die baust du nicht nebenher. Doch. Also wenn du die nicht nebenher bauen kannst, dann hast du zu wenig Wohnhäuser. Inschallah. Naja, ich meine, du bist direkt gestorben, nicht ich. Aber ich glaube, das mit den Wohnhäusern war bei mir tatsächlich ein sehr, sehr großes Problem. Es ging halt wirklich super langsam voran, die Bauern. Mal gucken wir hier unten, Max, schön mit der Forstwirtschaft, alles auf den Haufen, Alter. Ich sehe das noch nicht. Dann hier links, schön mit den ganzen Schmieden und so. Ich sehe das erst, wenn ich Eis auch gefickt habe. Also hier sind ein paar Wohnhäuser. Das gefällt mir, die Staffelierung hier. Okay, jetzt sehe ich hier die Hütten, Alter. Wo ist denn letzter Turm? Das ist ganz, ganz hinten am Ende. Da langt zum Alter. Das ist ja super. Achso, die ganzen Geologen müssen jetzt dran glauben. Na gut, geht wieder los. Ja, sieht gut aus. Irgendwie brauche ich für sowas immer noch zu lange, Alter. Das merkt mich. Ich glaube auch, dass Römer nicht das schnellste Volk sind. Römer sind das Langsamste. Ey, wir kriegen ja so ein bisschen Langsamste. Nein, Römer sind das Langsamste. Nein. Ah, du kennst dich aus, Alter. Ich verstehe auch nicht ganz. Also ich gucke gerade, ich habe meine Wasserproduktionsstätten direkt ins Wasser gebaut. Aber da kommt nie einer raus, um irgendwas rauszubringen. Fluss. Nicht mehr. Es ist aber viele Holzfällerhütten gebaut. Die sind doch gar nicht nötig, oder? Ich habe den Turm jetzt weggemacht. Ich glaube, mit Römer brauchst du nicht gerne zu viele Holzfällerhütten. Ich würde zumindest erklären, wenn meine Bäckerin hier arbeiten. Kalle wurde mit... Das hättest du auch eher machen können, ganz ehrlich. Ich wollte dich erstmal reinrennen lassen. Das war mir egal. Du Affe, ey. Egal, bei ihm geht es weiter, Alter. Wie funktionieren die Lagerhäuser, die du da gebaut hast? Da klauen die Leute dein Zeug von, wenn du andere Leute gebumst hast, oder was? Nee, da tun die einfach das rein, was ich ihnen sage. Alter. So, Eis. Ja, kommen sie her. Lass. Gesundheit, Alter. Gesundheit. Mag jetzt verwirrend klingen, aber ich hätte mir eigentlich Bock auf so eine richtig entspannte Runde. Ja, ich bin ja gleich im Bett. Schöne Runde, Anno nur bauen. Ja, Alter. Aber ich muss sagen, ich bin froh, dass ich mich doch noch entschieden habe, noch eine Runde zu zocken. Das war echt lustig, diese Runde. Ja, mega. Das hat Spaß gemacht. Schön. Um Niklas tut es mir ein bisschen leid, bin ich ehrlich. Ich würde schon sagen, um Chris vielleicht auch. Ja, da kommen sie alle. Wo ist der Tor? Ich habe mir ein paar von Eis gekriegt, das war gut. Aber Eis hat richtig adaptiert seit der letzten, äh, seit seiner ersten, ist er seine zweite Runde erst. Das ist schon gut, Alter. Du hast halt keine Nahrung, ne? Ja, ja, da habe ich gerade eben gesehen, weil da fehlt Wasser. Ja, die muss er in Flüssen setzen, genau. Ja, das haben wir ja. Habe ich jetzt gelernt. Weißt du, es geht mit der Nahrung. Die Jagdhütten und die Angelhütten haben das trotzdem nicht schlecht gehalten. Alter, Imaja, Expansion hier. Bin nicht mal dazu gekommen, die anderen zu plündern, ey. Jetzt werde ich gleich bei Niklas. Wow! Alter! Boom! Das hat geknallt. Äh, da rechts steht noch einer. Hey, das war es noch nicht? Alter. Nee, rechts steht noch einer von dir. Alter, das hat ja übel gescheppert. What the fuck, das war richtig. Vielleicht ist noch ein Turm dasteht, ne? Nicht das Attentat, Alter. Alle Explosion, Alter. Hat so viel Mühe gekostet, alles aufzubauen. Ja, Jungs, hol den raus. Knack das Ding. Hey, du bist doch voll an einem Turm vorbeigelaufen, oder? Nee, den hast du eingenommen. Hat er zwei Hebel und das Ding ist auf, von T3 an. Ach, hier steht es. So, jetzt bin ich gespannt. Geh mal, geh mal noch nicht raus, weil dann leckt es wieder. Soll ich mir erst mal angucken? Hey, hast du gerade übel viel gebaut? Ich? Ja. Das ist schon ewig so. Alter, Max, bei dir ist das ja unnormal, Alter. Du darfst dir mal jetzt auch noch anschauen, glaube ich, oder? Sind diese dampfenden Dinger an, das steht. Der war oben links. Tomata. Nee, das sind Wohnhäuser, die... Achso, da vorne, das ist ein Schmelzmähler. Diese dampfenden Dinger. Der war unten links? Glaub ich, sechs Schmelzen oder so? Ich war unten links. Der war unten links. Streichen. Streichen, Alter. In der Mitte war Chris, oder? Genau. Da kriegen sie auch noch meine Waffen. Das ist immer so quasi, dass du pro einmal Gebäude, was Kohle brauchst, ein Kohlebergwerk baust und quasi, wenn es einmal Kohle Eisen braucht, ein Kohle Eisenbergwerk. So, das war eine weitere Runde. Die sind da vier. Komplette Analzerstörung. Spandau Version. Analisierung. Wir gucken uns jetzt... Ich sag mal so. Ich bin zweiter Gewinner. Ich sag mal so. Morgen steht Umar auf meiner Liste. Hier sind noch die Stats. Zwei, sagen wir, drei. Das war cool, der Respekt. Alter, ihr habt zwanzig Minuten länger gelebt als dich und habt ihr trotzdem nicht mehr einhalten? Ach, jetzt geht das. Leise, Kollege. Du Kollege. Weißt du, das haben wir auch zwanzig Minuten länger überlebt. Expandiert nicht zum Gold, aber gibt hier Tipps, ey. Das ist ja unverstanden. Pazifismus. Ja gut, ne? In 19 brauchst du dich jetzt nicht großartig melden. Ja, wow, ich bin mal auf 40 Toten. Aber ich glaube, die Map mit Schiffen wäre auch eine richtig asoziale. Allover habe ich trotzdem mehr Punkte als Rumatra. Ja du, Kalle war ja auch deutlich besser als Rumatra.